Vor allem anglophilen Hörern und Hörerinnen läuft beim englischen Wort Cookies vielleicht das Wasser im Mund zusammen. Cookie heißt auf Deutsch übersetzt nämlich Keks. Im World Wide Web hat dieser Begriff jedoch eine ganz andere Bedeutung. Richtig, Cookies kennen viele von uns aus den zumeist nervigen Auswahlbannern beim Aufrufen einer Webseite. Mein Name ist Dietmar und was es mit diesen Cookie-Abfragen auf sich hat, erfahrt ihr gleich bei... Welche Ware? Digitalisierung frei Haus. Cookies nutzen die meisten von uns unbemerkt, wenn sie im Internet unterwegs sind. Doch was ist ein Cookie überhaupt? Vereinfacht gesagt, das Cookie ist eine Textinformation, die beim Besuchen einer Webseite auf dem Endgerät des Nutzers gespeichert wird. Es wird entweder im Webbrowser von einem Skript erzeugt oder vom Webserver an den Browser gesendet. Sind Cookies gut oder schlecht? Die eindeutige Antwort darauf ist ein klares Jein. Sind Cookies gut oder schlecht? Die eindeutige Antwort darauf ist ein klares Jein. Vom Grundprinzip her sind Cookies eine sehr sinnvolle Erfindung. Vorausgesetzte Webseitenbetreiber und NutzerInnen gehen verantwortungsbewusst damit um. Wozu sind Cookies gut? Wird eine Webseite aufgerufen, werden Cookies erzeugt und in einer speziellen Datenbank lokal im Browser abgespeichert. Bei einem späteren Zugriff auf die Seite ruft der Browser alle Cookies auf, die zu dieser Domain passen. In diesen Textdateien sind Informationen über die Nutzung der Webseite gespeichert. Dazu gehören beispielsweise auf der Webseite vorgenommene Einstellungen oder Session Tokens. Dank der Cookies bleiben diese Informationen erhalten, auch wenn wir die Webseite verlassen oder auf Unterseiten surfen. Ohne Cookies müssten wir uns in sozialen Netzwerken beim Besuchen von Unterseiten jedes Mal neu einloggen. Das Surfen im Netz wäre ohne Cookies also weitaus weniger komfortabel. Dennoch sahen sich der Europäische Gerichtshof und der Bundesgerichtshof veranlasst, im Namen des Datenschutzes tätig zu werden. So brauchen Unternehmen heutzutage die Einwilligung der NutzerInnen, wenn sie bestimmte Cookies verwenden wollen. Das Resultat sind die Abfragebanner beim Aufrufen einer Webseite. Viele User bestätigen hier das Zulassen aller Cookies, weil sie keinen Nerv haben, sich durch einen Wust an Informationen zu scrollen. Wozu dient diese Datenschutzvorgabe? Sie umfasst zum Beispiel Cookies, die nicht technisch notwendig sind und überwiegend Daten der Website-BesucherInnen sammeln. Im Gegensatz zu Session-Cookies, die nach dem Schließen des Internetbrowsers gelöscht werden, verfolgen zum Beispiel sogenannte Tracking-Cookies das Surfverhalten von Nutzern über Jahre hinweg. Oft werden sie nicht nur von Webseitenbetreibern eingesetzt, sondern auch von Drittanbietern oder Analyse-Tools über Banner, Bilder oder Schriften auf eine Internetseite eingeschleust. Die gesammelten Daten dienen zum Anlegen eines Nutzerprofils. So können unter anderem Informationen über die Häufigkeit der Website-Besuche, über den finanziellen Hintergrund, den Bildungsstand oder persönliche Interessen gesammelt und anbieterübergreifend ausgetauscht werden. Genutzt werden diese Daten in der Regel zu Werbezwecken. Auf diese Weise bekommen wir zum Beispiel auf Werbebannern oder via Mail Produktempfehlungen, die laut Algorithmus zu uns passen. Der Einsatz von Tracking-Cookies kann auch dazu führen, dass wir auf Portalen und in sozialen Netzwerken vorrangig Informationen angezeigt bekommen, die unserem bisherigen Surfverhalten entsprechen. So sollen wir dazu verführt werden, bestimmte Inhalte anzuklicken und Webseiten zu öffnen. Da ist perfide daran, durch diese Selektierung von Informationen besteht die Gefahr, in eine Datenblase hineinzugeraten. Abgesehen davon empfinden viele User es als geruselig, wenn persönliche Profile von ihnen angelegt werden und von Unbekannten abgerufen werden können. Zwar handelt es sich bei Cookies definitiv nicht um Viren oder Malware, gefährlich werden können sie allerdings schon. Vor allem dann, wenn sie sensible Informationen enthalten, zum Beispiel Kontodaten oder Zugänge zum E-Commerce. Durch Sicherheitslücken, wie zum Beispiel fehlerhafte Add-ons im Browser, können Cyberkriminelle diese Daten theoretisch abfangen. Viel größer ist die Gefahr des Datenmissbrauchs jedoch, wenn zum Beispiel Smartphones in falsche Hände gelangen. Auch beim Surfen auf öffentlichen Computern ist Vorsicht geboten. Zugangsdaten zu Accounts und andere Informationen können nämlich unter Umständen im Browser gespeichert bleiben. Dringend empfohlen wird in jedem Fall, sich nach der Nutzung öffentlicher Rechner aus allen Accounts auszuloggen. Außerdem sollten sowohl die Cookies gelöscht, als auch der Browser-Cache geleert werden. Entsprechende Optionen befinden sich im Anwendungsmenü eines jeden Browsers. Cookies gänzlich zu deaktivieren ist weniger empfehlenswert, da es das Surfen im Netz erheblich erschweren und mit neuen Sicherheitsproblemen einhergehen würde. Sinnvoller ist es, den Browser so zu konfigurieren, dass er die Cookies nach jeder Sitzung automatisch löscht. Dazu muss sich der User allerdings aus Nutzer-Accounts ausloggen und den Browser schließen. Ein Nachteil ist, dass du dich dann beim erneuten Aufrufen eines Accounts wieder einloggen musst. Alternativ lassen sich Cookies im Browser-Menü auch manuell löschen. Generell können in den Browser-Einstellungen Cookies von Drittanbietern deaktiviert werden. Auch das ist eine äußerst empfehlenswerte Maßnahme, da diese Cookies dem User kaum Mehrwert für das Nutzen einer Webseite bringen. Zu guter Letzt ist auch ein achtsamer Umgang mit Browser-Bannern ratsam. Oftmals sollen sie durch trickreiches Design Nutzer und Nutzerinnen dazu animieren, sämtliche Cookies zu erlauben. Das war unser Beitrag zum Thema Cookies. Ich genehmige mir jetzt erstmal einen selbigen und verabschiede mich für heute. Wenn es euch gefallen hat, hört gern beim nächsten Mal rein, wenn es wieder heißt. Welche Ware Digitalisierung frei Haus Video 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 Bis zum nächsten Mal.